KHM 89, die Gänsemarkt. Eine Mutterkönigin hat ihre Tochter prächtig ausgestattet. Sie sollte in einem fernen Land einen Prinzen heiraten. Sie gab ihr ein Pferd mit, das hieß Falada und konnte sprechen. Und eine Magd, die sollte ihr dienen und ihr helfen auf dem Weg. Die Mutter nimmt ein Läppchen, tropft drei Blutstropfen hinein und sagt, Tochter, verwar's wohl, es wird dich vor allem unbill beschützen. Als sie nun schon weit auf dem Weg waren und die junge Frau ihre Kammerzofe bittet, einen Trunk zu holen, da sagte die, nein, ich will dich nicht dauernd bedienen, steig selber ab. Da stieg sie ab und beugt sich über das Flüsschen, da fällt ihr das Läppchen heraus, das Blut vermischt sich mit dem Wasser und der Schutz der Mutter schwamm mit dem Wasser davon. Die böse Kammerzofe hat's aber gesehen und sagte so, und jetzt tauschen wir Kleider, ich bin die wahre Prinzessin und wir tauschen die Pferde. Und so kam's, dass die Kammerjungfer auf dem Falada saß und ins Schloss einreitet und von den Prinzen als Braut begrüßt wird. Und die richtige Braut, die Prinzessin, die stand im Hof. Der alte König sieht die junge Frau dort stehen und sich drehen und wundert sich, dass eine Kammerzofe so elegant sich bewegt und fragte die Schwiegertochter, wer ist das, woher kommt die? Die habe ich auf dem Weg aufgelesen, gebt ihr irgendeine Arbeit, sie soll hier nicht müßig herumsitzen. Der König wusste nichts anderes als das Kürtchen zu fragen, das hütet die Gänse, Kürtchen, nimm sie mit zum Gänsehüten. Die Kammerzofe aber sagt, das Pferd hat mich auf dem Weg geärgert, schlagt ihm den Kopf ab, ein Schinder soll kommen. Als die echte Braut das hört, dass ihr Pferd getötet werden soll, wahrscheinlich damit es nicht alles verrät, da hat sie gebeten, dass der Pferdekopf ans dunkle Tor genagelt wird. Durch das muss sie nun jeden Morgen die Gänse hüten. Am Morgen geht sie nun hinaus aus dem Tor und als sie unterm Pferdekopf durchkommt, sagt sie, o Falla da, da du hangest. Und das Pferd antwortet, jung für Königin, da du gangest. Wenn es die Frau Königin wüsst, das Herz würde ihrem Leib zerspringen. Draußen aber beim Gänsehüten hat das Kürtchen geschaut, was hast du nur für herrliche Haare, zeig einmal, wie du die flechten kannst und wollte ihr ein Härchen ausrupfen. Sie aber hat dem Wind bestimmt, dass er dem Kürtchen das Hütchen vom Kopf weht. Das Kürtchen rennt davon und muss das Hütchen suchen und sie kann ihre Haare in Ruhe flechten. So war das nun jeden Tag, aber irgendwann hat das Kürtchen zum König gesagt, immer pflegt sie ihre goldenen Haare in so einem schönen Muster und ich darf nie an ihre Haare fassen und sie kann über den Wind bestimmen, ich mag nicht mehr mit ihr hinausgehen. Der König, dem das seltsam vorkam, hat alles belauscht und sieht, dass das keine Kammerzofe ist und hört, wie sie dem Pferd klagt und wie das Pferd antwortet. Da hat er die junge Frau beiseite genommen und hat gesagt, Kinder, zähl mir alles. Sie hat aber gesagt, ich hab's bei meinem Leben geschworen, nichts zu verraten. Verrat's dem Ofen, sagte der alte König. Da ging die junge Frau, steigte in den Kachelofen hinein und hat alles erzählt. So, und so kam alles ans Licht. Und wisst ihr, wie der falschen Königin ging, der Kammerzofe, die sich ausgegeben hat? Die wurde am Tisch gefragt, was würdest du machen, wenn dich jemand so übel betrügt. Und ach, so eine, sagte sie, die würde ich in ein Fass stopfen mit den Nägeln und dann würde ich sie zu Tode schleifen lassen. So soll es mit dir geschehen. Sie ist ums Leben gekommen und die richtige Braut bekam nun den Prinzen. von 4 XIII und bei 4 XIII